Genau. Meine beste Theorie. Wir haben sich im Niter eingebaut. So, gutt Nacht. Hä, gutt Nacht, äh, ja. Tschüss. Ähm, ja. Wow, wow. Wow, wow, wow. Jetzt kommen wieder die A-Grupp. Achtung! Da ist Tschüss! Ich such schnell ein, ich such schnell Gloucestone. Ja, ich lenk den so lang ab. Hm, da oben ist Gloucestone, aber da komm ich nicht dran. Scheiße! Ich brauch Gloucestone. Mal kurz davon, dass einiges zu sagen. Äh, da oben ist irgendwas mit Piggies. Wo bist du? Ich suche Gloucestone. Hast du dort oder irgendwas mit Gloucestone hochbauen kannst du diesen Gloucestone da oben? Nein, aber brauchen wir noch ein Base, irgendwas hab mir noch ein Base gebraucht. Ja, Gloucestone. Alter, die Gloucestone. Ja, die gehen einfach auf den Sack, ich weiß. Wow. Wo schießt der Sack? Ich will jetzt bloß nicht sterben. Renn einfach zum Spawn, äh, zum Neterportal und verzieh dich. Ich probier hier... Ich hab nichts zu essen. Ja, deswegen... Ich hab noch ein halbes Herz. Renn einfach zum Spawn. Ich probier den Ghast auszuschalten. Da ist noch mein Pigman. Greif mich an. Ja, verzieh dich! Renn einfach weg! Ja, wie soll ich mich verdienen, Männer? Ja. Ich bin bei der... Ich bin bei deinem Todespunkt. Ja, und ich bin... Ey, die... Der Bett wurde blockiert oder zerstört. Echt jetzt? Hm. Hä? Wo war denn der Zombie-Pigman eigentlich? Ich war in der Höhle und hier ist... Ach, ja, ich bin ja jetzt... Ah! Ich mach mir eben Brot. Da in der Höhle, hä? Ja, in der... Nicht in der Höhle, in so einem kleinen Loch. Im Boden einfach. Alter, bin ich doch gerade. Wieso liegen hier keine Sachen? Hä? Rätig nichts voran. Ich find keine Sachen. Hier liegt nichts. Dann plappen wir jetzt auf. Ja, hier liegt nichts. So klar. Hab's verstanden. Ach, du meinst da, wo die ganzen Pigments sind? Oh, fuck, ey. Aggro-Teile. Seid ihr Emos, oder was? Nein, ich hab nichts gegen Emos, falls das jetzt einer behaupten möchte. Er hasst Emos. Ja, deswegen hab ich ja auch nur einen als Freundin gehabt, ne? Als Freundin. Ja. Eine Emo ist nicht gleich etwas, das sich ritzt. Das ist deine Emo in. What the fuck? Sind das viele? Scheiß auf deine Items. Die wissen jetzt, dass wir in der Hölle sind, ja? Ja, und? Ich verpiss mich jetzt. Hast du meine Items? Nein! Das sind viele. Das sind zu viele. Weißt du, wie viele da sind? Viele. Viele! Und ich hab nur noch ein Herz. Ich renne zurück zu Base. 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 Base such meine Items. Ich will meine Items. Ich will zu Base. Äh. Base. Base, Base. Da hinten, Base. 600 Meter. Base. Base. Base, Base, Base. Das wäre nichts, was mir lohnt. Ja, fünf. Ja? Können dir fünf Dinger wieder keulen? Bla, bla, bla. Ich keule mir keinen. Ach, meine Güte, dass man mir alles weiter verstehen muss. Du hast gerade gesagt, keulen. Ja, egal. Essens Chicken Wings. Hä? Hm. Chicken Wings. Wie lange hast du eigentlich noch Schule? Ähm. Bis zum 21. Ja, bis zum 21. Bis zum Weltunter. Bis zum 30. Ich hab bis zum Weltuntergang Schule. Yay! Genau am Weltuntergang ist mein Ferienanfang. Ja, da weißt du mal, warum der Weltuntergang naht. Ich krieg Ferien. Ja. Weltuntergang. Da vorne ist Öl. Glaubst du eigentlich an den Weltuntergang? Nein. Warum nicht? Aber glaube, von den Mayas. Da hatte einfach nur jemand keinen Bock mehr, weiterzuschreiben. Oder das während dem Schreiben abgekratzt hat. Er hat einen Herzinfarkt bekommen. Nein, eigentlich weiß ich ja. Ich weiß ja, wieso. Nein, nein, ich weiß ja, wieso. Ähm. Da geht einfach nur dieses, ich glaub, vierte Zeitalter der Mayas zu Ende. Und wir haben mehrere Zeitalter, ja. Ja. Bis jetzt insgesamt drei. Ja, genau. Und dieses Zeitjahr ist das, äh, ja, vierte. Wieso verzieht er sich? Genau, verzieh dich. Nein! Verzieh dich! Ich hab' meinen Deathpoint, ne, also. Ja. Um meine Items. Gut. So, jetzt nur nicht sterben. Ganz nur abhauen, ne? Scheiß auf Glowstone. Glowstone holen wir uns das nächste Mal wieder. Wir brauchen jetzt noch nicht sofort Dark Matter. Obwohl, eigentlich schon. Probier mal, ob du Glowstone kriegst. Ja, ich tue was, ich kann, das macht diesen ganzen Zombie bekannt, ne? Na ja, renn einfach weg vor den Dingern, hab ich auch geschafft. Mit einem, mit einem Herz bin ich entkommen. Und gut. Ja. Viel Spaß beim Boot bauen. Danke. Bitte. Haben wir den Eingang eigentlich zugebaut gehabt? Ich schwör, ich hab' den Bock mehr, da jetzt wieder hinzuschwimmen. Du hättest mich auch fortmuffen. Guck mal, er verlässt doch die ganze Zeit. Boah, meine Schlecher, endlich die Klappe erhalten. Schwimm. Schwuchtel. Schwimm. Nein, äh, schwimm einfach. Ich muss auch gerade 200 Meter schwimmen, also. Ja, schön. Ich muss mehr als... Ja, aber ich muss mehr als 200 Meter gerade schwimmen. Ich bin nämlich jetzt schon da, und es sind auch 200 Meter. Wie viel macht, äh, wie zum Markt, die Zombie-Pigmen, sind irgendwie zu viel? Keine Ahnung, weil die overpowered sind. Ich bin auch. Wir sind Zombie-Pigmen, die sind overpowered. Ach, ich kann doch keine 200 Blöcke weit gucken. Das heißt, ich kann auch keinen Namen 200 Blöcke weit erkennen. Nein. Brauchst nochmal anstelle auf Extreme. Boah, ich bin so müde. Dann schlaf. Nach der Aufnahme. Ja, ich sollte ja aufnehmen. Nach der Aufnahme, habe ich doch gerade gesagt. Muss doch zu. Wie lange nehmen wir eigentlich auf jetzt? Äh, lange. Boah. Ich habe keine genaue Zeitangabe. So wie immer halt. Stunde, zwei. Gut, also... Drei. Drei Stunden hören wir dann auch, nicht fast. Vier. Fünf. Ja, aber es trotzig über fünf Stunden. Ja. Also, ich könnte... Naja, meine Festplatte wird es nicht mitmachen, die tausend. Gigabyte. Meine auch, also ich habe auch tausend Gigabyte. Ich weiß nicht, wie lange die aussehen. Ne, warte mal fünf Stunden, das sind 800 Gigabyte. Ja, doch reicht. Ja, ich habe ja noch was belegt von unseren alten Videos. Ich nicht mehr. Ich habe ja gerendert. Ja, aber ich denke mir, du hast noch Programme und sonstige Top-N-P-P. Ja, aber ich habe eine externe Festplatte, meine 1TB-Aufnahmeplatte. Ah, okay. Ich habe eine 500 Gramm normale, äh, 500 Gigabyte. 500 Gramm? Ja, du brauchst 500 Gramm davon, 500 Gramm davon und 500 Gramm davon. Werde ich jetzt die Bestplatte. Ja. Dann fertig ist die eigene, eigengebaute Fettplatte. Das ist eine Fettplatte. Nee, das ist eine Fettplatte. Alter, Minecraft, ehrlich, danke. Minecraft hat run out of memory. Nein, das nicht. Fair. Bookings runter? Ach ja, andere Seite. Und diese Seite. Ich bin nur am Gehnen gerade, ich weiß nicht mehr. Wow, ach ja, hier war der Minenschacht. Wo? Ja, ja, bei der Base, wir sind doch in einem Minenschacht. Ach ja, das ist schon so lange her. Was immer noch eigentlich so voll die blöde Idee war. Ja, egal. Und ein Minenschacht. Besser als in einem Vulkan. Ja, stimmt auch wieder. War ja nicht meine Idee. Glaubst du, das war meine? Äh, ja. Du hast denen gesagt, äh, barrikadiert euch in einem Vulkan? Genau. Hilfe! Hilfe! Wieso? Zombie-Pigment-Arpöse. Ja, ach, nee. You don't say! Doch. Haha. Böse Zombie. Na, komm schon. Noch ein Creeper. Macht schon gar keinen Spaß mehr mit zu verarschen. Nee. Macht so nicht. Warum sollte man dich auch verarschen? Das ist auch nicht lustig. Ähm. Ha? Diese schießt jetzt auch noch ein Gas auf. Meins ich nicht. Da ist ein Feuerstlein. Doch, man liebt. Äh, nö. Also dein Bett ist nicht kaputt. Okay. Und die Wand und alles ist auch noch da. Und die drei Öfen setzt sich mal wieder hin. So, ich hab's überlegt, ich hab meine Alten. Und ich könnte Glowstone suchen, wenn du willst. Ja, wir brauchen mindestens vier. Mindestens vier. Das einzige Problem ist einfach nur, dass Daniel ja die Diamanten hat. So, eine Ghast-Tier hab ich. Wenn wir einen Transmutationstisch haben, ist es eh wieder egal. Dann müssen wir eh wieder noch farmen, farmen, farmen. So, da ist Glowstone, da ist Glowstone. Da komm ich gar nicht hin. Farmen und farmen. Ach, ja, ich sollte mal nach den Dings gucken. Mining Turtles, ne? Wäre nicht schlecht, nein. Also, ja. Weiß nur. Burgen, beziehungsweise die, äh, Neter-Festungen sind so schlecht platziert. Ich weiß. Ist halt der Minecraft-Versionerator. Ja, normal, aber... Ähm. Bisschen Mühe kennen kann man... Achso, das war das, wo die eine Mining Turtle weg war. Wo die auf einmal weg war. Die ging... Komisch. Ich weiß jetzt auch, wieso die weg war. Die gehen nach einiger Zeit, gingen die kaputt. Okay. Ich glaub, dafür braucht man eine Wireless Mining Turtle. Damit die nicht kaputt können. Ich weiß nicht, wie die geht. Google? Nee, warte mal. Not und auf Items. Wir können ja gucken. Wir können ja nachgucken. Wir können die Erbauten. Ich bin. Ich hole gerade los. Guter Junge. Braver Junge. Lieber Junge. Ja, ich bin einfach nur... Braver Richie. Ja, hat du fein gemacht. Ja, ich soll gleich den Goldenen an den Wegschmeißen, damit du kriegen los und einsam. Hm, wäre von Vorteil. Wie brauchen wir, bitte? Mindestens vier. Okay. Challenge accepted. Challenge completed. Nikolit gefunden. Ach ja, die Mining Turtle hatte sich ja in Lava eingebaut. So, jetzt überlege ich mal, wie kriege ich dich da raus, ohne mein... Pass auf, explodiert gleich. Ja, denk. Fick dich. Einfach. Fick dich. Ach, du hast Uranium. 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 Au. So, ich hab'n Speck Blowstone. Gut, können wir uns 30 Philosopher-Stones machen? Ja, ich hab' getan was. Nein, was du Labo aus. Nein, was du Labo aus. Gut, ein paar mehr. Nein, was du Labo aus. Hat's nicht rechnen? Du weißt schon, dass das ein Witz war. Irgendwas brennt hier. Ah, ich hab'n. Ah, ich hab'n. Ach, das ist cool. Ich hab'n. Dann, wenn ich die Lava um nie... ...wann ich hab'n. Was, ich hab' doch was? Ich hab' doch was war einmal. Gott, bin ich blöd. Wir stellen eine Emerald-Kiste hin. Und dann... ...wenn wir mit versteckt, der Emerald-Kiste hin und wenn man dann auch normal zugreffen, kann man auch die verstecken. Hä? Das können die Gegner natürlich dann aufmachen. Versteht... Versteht einer von euch seine Logik? Ja. Bitte sei keine Lava da, bitte sei keine Lava, bitte sei keine Lava, wenn jetzt Lava kommt, bin ich tot. Ich vermisse Dani. Ich nicht. Doch, doch, hier auch. Bitte keine Lava... Ach, fick dich. Alter! Alter, ob es so einen Weg zum Probate-Born, aber das wär' einfach nur langweilig. Wie solltest du so einen Scheiß aufmachen? Weil es nacht ist. Oh. Ach, ja, ich hab' mir ja jetzt Kuhlö. Schau' ich mal in dir, äh, der Alten-Bait vielleicht sind sie da wieder eingewandert. Wäre dumm. Nein, nicht. Ja, wie gesagt, wär' dumm. Ja, ey, hallo? Hm. Nein. Ich kann ja nur ungern an die erste Staffel erinnern. Ja. Ja. Das war auch die allererste Staffel auf YouTube. Wir haben zusammen mit Domse damit angefangen. Wir sind Veteranen. Jetzt, ich bin ein Stealer, weil ich jetzt Wette mache. Das ist ja alles Domse-Sidee und so, ne? Hm. By the way, wie gerade eben gesagt, wir beide waren von Anfang an dabei. Also, wenn irgendjemand sagen möchte, wir hätten es von Domse oder von Pete's Mieti geklaut, Gott da fuck are they here. Danke. Könntest du das nochmal wiederholen? Viel Spaß. Nein. Es ist eine Schande, Pete's Mieti's machen, hier zu erwähnen. 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 Das werde ich jetzt mal Gronkh reinschreiben. Wie ist die ganzen Text, die da machen. Au. Diesen Gronkh-Text. Diesen Gronkh-Text, da den Gronkh unter seinen Videos hatte. Wo nach jedem zweiten, wo nach jedem zweiten, oder jedem ersten Wort, schon stand Gronkh. 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 Scheiße. Gronkh? Meiner hüpft immer. Und ich mach gar nichts. Alter? Ich drücke nochmal Leertaste zweimal. Lern Achtung alter lassen fein und reichs Gelächter aus nicht schön bei 10 auch nicht bei mir leben so gut wie gesagt werden nach Hause ja ich will nach Hause hier 6 dafür muss ich immer so und dafür habe ich den Bogen 23.000 40.000 ein und 50.000 die durch die nicht eigentlich ich habe gerade 40.000 und 40.000